Da führte der König, die stolze Dame, seine Stiefmutter, rein in den Garten, auf das sie die schönste der Blüten für ihn wähle, und als sie die zauberschöne Rose sah und die Nachtigallen singen hörte, die über ihr im Kreise flatterten, als sie das liebliche Liedlein vernahm, da stand sie beschämt und war von der Rose zaubervoller Macht ergriffen und gerührt. Ihr war, als fühle sie eine warme Liebe, und sie gedachte in diesem Augenblick reuevoll ihrer verübten Bosheiten und Ränke. Und als sie nun die Dornensträuche sah, darüber die schwarzen Raben ein Höhenlied krächzen, da überlief sie eine Angst, ein Todeskraun, und sie sprache, Mein Königssohn, ich muss euch die holde Rose wählen, sie ist die schönste. Nun bewegten sich alsbald der Rose Zweige und Blätter und Blüten und verschmolzen sanft zum Körper eines lieblichen Mädchens, das keine andere war als das fromme Gärtnermädchen. Und es schien noch schöner und bescheidener als zuvor. Aus den anderen Blumen- und Dornensträuchen bildeten sich wieder Prinzessinnen, die wie aus einem schweren Traum erwachten. Aber des Königs Stiefmutter war vor Scham und Reue niedergesunken und lag in Betäubung. Und die schwarzen Rabenvögel hackten ihr das Herz aus und sie wurde zu Stein von wilden Dornen umrangt. Die Prinzessinnen eilten scheu davon, wurden aber besser und demütiger in ihren Herzen. Und der König lebte glücklich und fromm mit seiner Gemahlin, dem Gärtnermädchen, und des Himmels Segen war mit ihnen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und das war ein Märchen von Ludwig Bechstein. Und das war ein Märchen von Ludwig Bechstein. Im kulinarischen Bereich zaubert die Duftrose raffinierte Köstlichkeiten und Leckereien. Aromatisiert oder verfeinert mit ihrem Aromagebäck, Dessert oder Konfitüren. Wenn auch nicht direkt aphroditisch wirkend, so doch sinnlich erregend. Parfümieren sie ihr Geschenk oder Liebesbriefe mit einer getrockneten Rosenblüte als Badesalz. Und im Schlafzimmer-Potpourri schafft sie eine Wohlfühl-Atmosphäre. Denn es hieß zum Beispiel von Kleopatra, sie habe ihre erste Liebesnacht mit Antonius auf einem Teppich aus Rosen verbracht. Naja, warum sollte man nicht mal eine Spur aus Rosenblüten zum Bett legen? Schon der Weg dorthin wird zum Sinnlichen schreiten. Und einen Schuss Aberglauben ertragen sie doch auch, oder? Wie wäre es damit? Es heißt, wenn liebende Rosenblätter in den Bach werfen und zwei dieser Blätter miteinander fortschwimmen, ohne sich zu trennen, so werden sie bald heiraten, gnädige Frau, gnädiger Herr, sofern sie noch zu den Ledigen gehören, die dies für eine freudige Botschaft und nicht etwa für eine Drohung halten, dann versuchen sie's. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Homer dichtete um 800 vor Christi über den Duft der Rosen, es verwundert kaum, dass Rosen Generationen von bildenden Künstlern und Dichtern in ihrer Kreativität bewegt haben. Die Rose selbst taucht 3000 vor Christi in Asien zum ersten Mal in künstlerischen Motiven auf. Die älteste Versesammlung Japans, ein Wort, das ich leider nicht richtig aussprechen kann, aber ich versuche es, Manioshu enthält eine Ode an die Rose. War es der Duft der Rosen, der die als besonders empfindsam angesehenen Haiko-Poeten zu Rosen Haiko inspirierte? Berühmte Haiko-Dichter wie Basso und Issa widmeten viele ihrer lyrischen Miniaturen der wilden Rose. Bei Frankreichs wohl tragischem Literaten Arthur Rimbaud, der all seine Werke zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr schrieb und dann nie wieder zur Federgriff, entdecke ich in seinem Gedicht »In der Sommerfrüh« die Zeilen »Liebe hat lange genug nur am Rand seines Herzens gewacht, gib, dass sich ein Weib in Rosen über ihn streut.« Eine herrlich romantische Chiffre für die schönste Nebensache der Welt, finden Sie nicht? Rainer Maria Rilke hat sich in seinem Werk »Der Rose« ganz besonders zugemannt. Auf seinem Grabstein steht »Rose, o Rainer Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein« unter so vielen Liedern. Wobei Rilke die Augenlieder meint, also die ohne E, versteht sie. Wohl kaum eine andere virtuelle, also eine erdachte, erfundene Rose erlangte solche Berühmtheit wie jene in dem bezaubernden Meisterwerk von »Antoine de Saint-Exupéry« »Der kleine Prinz«. Unsere Rosensammlung wäre unvollständig ohne jene Stellen, die sich darauf beziehen. Ich werde mich bemühen, sie so sanft nachzusprechen, wie der Fuchs zum kleinen Prinzen redet. So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war... »Ach«, sagte da der Fuchs, »ich werde weinen.« »Puh, das ist deine Schuld«, sagte der kleine Prinz. »Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.« »Gewiss«, sagte der Fuchs. »Aber nun wirst du weinen«, sagte der kleine Prinz. »Bestimmt«, sagte der Fuchs. »So hast du nichts gewonnen.« »Ich habe«, sagte der Fuchs, »die Farbe des Weizens gewonnen.« Und dann fügte er hinzu, »geh die Rosen wieder anschauen.« »Du wirst begreifen, dass die Deine einzig ist in der Welt.« »Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken.« Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. »Ihr gleicht meiner Hose gar nicht. Ihr seid noch nichts«, sagte er zu ihnen. »Niemand hat sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend andere, aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.« Und die Rosen waren sehr beschämt. »Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagte er noch, »man kann für euch nicht sterben.« Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnele euch, aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Dass sie es ist, die ich begossen habe. Dass sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Dass sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Dass sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder drei, um der Schmetterlinge willen. Dass sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe, oder auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. »Adieu«, sagte er. »Adieu«, sagte der Fuchs. »Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar,« wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Zeit«, sagte der Fuchs, »die Zeit, die du für deine Rose verloren hast. Sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe,« sagte nachdenklich der kleine Prinz, um es sich zu merken. Und er warf sich ins Gras und weinte. »Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs, »aber du darfst sie nicht vergessen. Die Wahrheit lautet, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. »Ich bin für meine Rose verantwortlich«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Ich bin für meine Rose verantwortlich«, um es sich zu merken. »Ich bin für meine Rose verantwortlich«, um es sich zu merken. »Sondern auf die allgemeine Prominenz bezieht«, war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Konrad Adenauer. Mit seinem bekannten, trockenen Humor und seiner Ironie sagte er einmal, »Die Rose ist etwas so Schönes, dass auch der wahnsinnigste Züchter sie nicht verderben kann.« Nun, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind Sie wohl übervoll mit Rosenwissen und Rosenduft und schweben sicher auf einer rosa-roten Wolke. Dann, denke ich, ist es an der Zeit, dass ich Sie alleine lasse mit dieser guten Stimmung. Aber es würde mich freuen, wenn wir einander einmal wieder treffen. Besuchen Sie doch dazu einfach die Webseite von editionjonatan www.editionjonatan.de. Darauf finden Sie auch andere interessante Hörbücher. Ich wünsche Ihnen eine rosige Zukunft mit der ersten, ebenfalls Rosenbedachten Strophe aus Clemens Brentanos berühmten Nachtlied »Des Knaben Wunderhorn«. Auf Wiederhören! Guten Abend, gute Nacht Mit Rosenbedacht, mit Nägleinbesteckt Schlupf unter die Deck Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt Tag baterophilie Immer funktion – Nein, nein, nein Amen. Amen. Amen.